Katharina! Ich hab nur den Müll weg. Kommt gleich wieder, ne? Oh, hast du gefunden? Gott sei Dank! In Brust? Nee, der Mann hat sie hingelegt schon mal, oder jemand, der sie gefunden hat. Oh, da haben wir aber Glück. Wir packen jetzt zusammen. Da haben wir einen riesigen Schmerzmeld. Kalken. Ich hab dich, meine Schmerzmeldel. Das ist ein Schmerzmeldel. Ich werde das mal aufgeben. Das alles ist hin. Die Schmerzmeldel. Das ist in Berlin. Ein Schmerzmeldel. Ein Schmerzmeldel. Der Einzmeldel. Das ist bei der Schmerzmeldel. Ja, ja, das ist so. Oh, wie viel Mütter ist. Schwer, Kataminer, aber wie? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ich denke, er ruft daheim, draußen ja auch nicht mehr. Ja, da ist eine Tür war offen. Ich weiß, er bietet jetzt irgendwie zu auf, dann lassen Sie es ausmachen. Die Tür kommt. Du hast hier auch keine Ahnung. Das war's für heute. Wenn man da reinfällt, dann kann es sein, dass die Mutter sich dann anmietet, um den Jungen zu kommen. Was meint ihr damit? Was meint ihr damit? Hat ja keine Wolken. Hier so eine Ruhe, wo Milch rauskommt. So da. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020